Immer nur die Sargetalle, die trainiert wird. Wir trainieren, wie Sie hier sehen. Frontal und auch diese Transversal ist für unseren Körper ganz, ganz wichtig. Ob Kinder oder Pensionisten, egal, in jedem Alter und auch im Spitzenspark. Okay, jetzt können wir zum Anlauf. Werde oft gefragt, was motiviert dich? Das Toben mit Kindern und deren Freude stellt eine unheimliche Bereicherung für mich dar. Jedoch sind bereits vielen Kindern natürliche Bewegungen abhandengekommen. Wie viele Kinder können heutzutage noch einen Brüssel bauen? Beim Sport darf man auch manchmal dreckig werden oder am Boden liegen. Motorische Einschränkungen, Angst vor Sprünge, fehlende Sportstunden sowie Übergewicht dürfen nicht deren Zukunft bestimmen. Ich sehe oft in der Früh bei meinem Bäcker, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Mehlspeisen, Süßigkeiten oder Energydrinks für deren Jause kaufen. Für mich ist das der komplett falsche Ansatz. Wir dürfen Kindern nicht die Freude an Bewegung nehmen. Danke an Benedikt Boswald für diese tolle Einladung. Wenn Interesse an Trainings oder Vorträgen besteht, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns kontaktieren. Mehr Infos unter Social Media oder Info at ikversport.ad